Mahlzeit Leute, wir waren ja, wie ihr schon aus dem letzten Video wisst, vor ein paar Tagen, quasi letztes Wochenende, im Greif und haben unser Album aufgenommen. Und dabei haben wir auch ein bisschen was mitgefilmt, weil es war einfach eine geile Zeit, es hat super Spaß gemacht, auch wenn es mega anstrengend war. Aber es bringt uns nichts, wenn nur wir was davon haben, wir wollen euch einfach auch ein bisschen dabei teilhaben lassen. Und ich quatsche jetzt mal gar nicht so viel, sondern schaut euch einfach das Video an. Digga, bleibt ernst, okay? Schaut euch einfach das Video an und genieß es. Keiner von euch will es begreifen, trotz der vielen Zeichen. Keiner von euch will es akzeptieren, wofür so viele hier verlieren. Keiner Hitze hat die Klang und schreit, es wäre an der Zeit, all unsere Fehler einzustehen. Lasst uns zusammen gehen und immer mehr Menschen sterben für den Reichtum unserer Welt. Immer mehr von uns kapieren, für das wundervolle Geld. Wie so oft haben wir schon eure Lügende hören. Ihr habt damit auch mich und das Grundgesetz gestern. Mach mal lauter hier für die Klatsch mal. Ihr könnt euch super präsentieren. Lass euch niemals irritieren. Es ist euer besser Freund. Man höre sehen und schlafen, all eure Träume, neue Sachen, die wir nicht brauchen. Aber trotzdem haben, machen tausend Wörter schlafen. Seit dem Volk erhaben, immer mehr Menschen sterben. Für den Reichtum unserer Welt. Immer mehr von uns kapieren, für das wundervolle Geld. Viel zu oft haben wir schon eure Lüge mehr hören. Ihr habt damit auch mich und das Grundgesetz gestern. Doch wann wird es endlich so sein? Wann leben wir endlich wieder frei?